Leute, I know, das ist ein bisschen ne Floskel, aber keiner rappt so wie er. Zimba, absoluter Goat of weirder Flows. Gerade hat er sein erstes Album gedroppt. Ob Zimba Superman jetzt tatsächlich so ein Trap-All-You-Can-Eat-Buffet geworden ist, ob ich das Teil feier oder ob es mir vielleicht doch ein bissi zu weird ist, das seht ihr jetzt. Leute, meine DMs sind voll, ihr müsst mir Liebesbriefe schicken, aber Abos würde ich auch nehmen. Merci. Also, Zimba. Kurz zusammengefasst, Zimba ist Anfang 20, kommt aus Berlin-Kreuzberg, hängt mit Pasha, Abo-Glitch, Playboys-Mafia. Im Sommer 2019 droppt sein erstes offizielles Video auf YouTube, PS2. 2021 dann seine erste EP, Team Boys und so. Jetzt also das erste Album. Zimba Superman, leider ohne Playboys weinen auch. Ich find's jetzt krass spannend, ob die Zimba-Weirdness auch auf Album-Länge funktioniert. Zimba? Doch den Namen hab ich gehört, Zimba. Fangen wir mal bei den Beats an. Die machen auf jeden Fall Bock. Er hat da einige der aktuell krassesten Deutschrap-Producer drauf. Sticke zum Beispiel. H-D-G-D-L ist so ein typischer Stickle-Beat. Deep, melancholisch, Afrobeat, absolut stilsicher. Klingt fast ein bisschen wie Marseille, den er für Pasha Nem produziert hat. Dann ist auf dem Zimba-Album noch Mr. Sir. Liefert auch ganz schön ab. Ganz genau wie Mix und McCloud. Absolut deren Zeitgerade extrem erfolgreich. Für Zimba finden sie einen Sound, der schon poppig ist, aber trotzdem diese Zimba-Weirdness hat. Was mich schon überrascht hat, als ich's gelesen hab, auch Basazian ist dabei. Für Late-Time hat Basazian, der ja sonst eher für diese düsteren, geilen Hafti-Instrumentals steht, nochmal einen anderen Ton gefunden. Das ist Basazian, aber auf New Wave. Auch wenn mich der Song jetzt nicht krass umhaut, gibt das Instrumental Simba sowas bisschen melancholisches. Überhaupt hat das ganze Album so nen Vibe. Aber klar gibt's auf Simba-Supermann dann auch sowas. SimCity ist so ein bisschen mein Favorite auf dem Album, der klingt wie ne Retro-Videospiel-Verfolgungsjagd, aber halt mit Bass. Auf TikTok hab ich auch schon ne kleine Reaction zum Album gemacht und da meinten ein paar von euch, SimCity könnte auch neue Blog-Party sein. Maxi King hat mich erzogen, Capri-Sonne ist wie Drogen. Und die nächste Überraschung für mich war Bücherwurm. Ich hab dir gesagt, dass ich hier bleibe und ich hab es auch versucht. Wir waren Gangtab, meinen wir beide, schreibe Texte in mein Buch. Ich weiß, du denkst manchmal an mich, safe bei allem, was du machst, was nicht heißt, dass es noch passt. Cheesy 2000er-Ballade, bisschen Country-Pop? Hä? Apropos hä, kommen wir mal zu Simbas Flow und so. Der ist mal wieder wild. Simba-like Adlibs, Simba-like Stotter-Reime, Simba-like Nicht-Reime. Was man auch sagen muss, thematisch geht's auf Simba-Supermann wieder um die Classic-Playboys-Mafia-Themen. Fashion, Corn an den Kreuzberg, Gang Gang, sowas eben. Ich hab'n Polo auf der Haut, weil ich trage Ralf-Loreen, ihr hatt' ich vertraut, ja, die würd' ich wiedersehen. Alle meine Freunde sind mit mir in meiner Stadt, alle meine Freunde bleiben hier und hängen ab. Trotzdem passiert auf dem Album Text nicht mehr. Simba zeigt da ne andere Seite von sich und diesem Leben. Auf der Straße in Berlin, meine Jungs sind alle traurig, komm Pops, dann muss ich fliehen, gemeinsam vor dem Blaulicht. Manchmal, und das ist neu, wird er ernst. Erwachsen werden ist als Soundcloud-Supermann eben nicht ganz so easy. Simba erzählt von einer Zeit vor dem Film oft nostalgisch, fast ein bisschen so, als wäre er gerne wieder Kind. Denn seine ganze Sprache ist voll mit Bildern und Referenzen. Anspielungen auf Tamagotchis, Scout-Schulrenzen, HD, GDL, die Sims, die Bravo, das Batmobil, die Power Ranger. Ihr hättet da ja auch so ein paar Ideen, worüber Simba einen Track machen könnte. Teletubbies, bisher noch nicht dabei gewesen, aber mei, passt ja schon ein bisschen zu Mario Run, PS2 und Maxi-King. Oft, finde ich, wirken seine Lines so, als würde ein Kind eine Geschichte erzählen. Auch Simba erzählt oft zeitlich durcheinander, nicht immer ganz logisch, ohne echte Handlung. Manchmal spricht er über sich dann sogar noch in der dritten Person, wie ein Kind. Simba wurde nicht eingeflogen, Simba musste früher sein, Zürich-Bote-Sportsmobil, doch Simba hat keinen Führerschein. Ehrlich, das finde ich ziemlich genial, weil er dadurch eine ganz eigene, naive, kindliche, sehr besondere Sprache für seine Musik gefunden hat. Die wollen mich unten sehen, doch ich war Achterbahn. Das Ding ist, Form und Inhalt passen bei Simba einfach super zusammen. Die Beats, seine Texte und die Themen, über die er rappt, sind immer so ein bisschen off, aber immer kreativ. Ehrlich, finde ich extrem spannend. Der traut sich Sachen, der scheißt eigentlich auch auf alle coolen Regeln, die es im Deutsch-Hypsoc gibt, der macht halt echt, was er will. Trotzdem, so ganz checke ich ihn immer noch nicht, auch auf dem Album. So ganz weiß ich immer noch nicht, was ernst ist und was nicht. Aber, das ist ja auch irgendwie der Punkt bei Simba. Es ist und bleibt ein Rätsel. Auf Popeye erzählt er eine kind-of-classic Deutschrap-Story. Ich war Porsche, komm vorbei und mein Team ist ganz stark, genauso wie Popeye. Und dann sagt er, hm, doch nicht. Dass ich in Porsche sitze, hat sich nur gelogen, doch ich kann uns einen mieten und dann fliegen wir nach oben. Aber wie findet ihr denn Simba-Supermann, was ist eure Lieblingsline, was ist euer Favorite-Track? Schreibt es mir in die Kommentare! Es gibt ja noch ein paar andere KandidatInnen, die im Deutschrap ihr eigenes Ding machen. Mein Video dazu seht ihr hier ansonsten wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, bis nächste Woche!